Wir spielen heute das Gruselspiel TheDos, Freunde, es wird sehr, sehr krass gutes Video bis zum Ende für eine Überraschung. Lasst ein Like und auch ein Abo, dann viel Spaß. Jo, wo sind wir? Wieso bin ich? Guck mal hier, du kannst dich auch hinstellen, sag mal, dann bist du nicht mehr klein. Okay, guck mal, da sind wir beide. Wir haben 14 Sekunden hier rauszukommen, ich mach mal schnell hier irgendwas, warte mal. Drücken. Ich hab gedrückt. Oh Gott. Wir sind im Hotel. Ja, pass auf, pass auf, wir dürfen hier auf jeden Fall nicht lange immer rumchillen die ganze Zeit. Wir müssen immer... Ja, aber auch noch kein Hals. Du auch nicht. Du auch nicht. Wo ist dein Hals hin? Ich hab den Hals hin vergessen. Zuhause, ja. Wir müssen hier immer rauskommen und wir sind in so einem Geheimhotel. Guck mal hier, das ist Tür Nummer 1. Und da sieht es so aus, als würde man einen Schlüssel brauchen. Okay, also hier sind dann zwei Türen. Das ist noch ganz, ganz... Ich hab ihn, ich hab ihn schon, ich hab ihn schon. Guck mal, das ist ganz, ganz easy. Ich war hier vorne am Schlüsselbrett. Dann muss man ihn sozusagen jetzt hier reinmachen und dann war es das. Hallo, ist hier jemand? Nee, da kommt keiner mehr. Ich geh jetzt weiter in den nächsten Raum. Hallo, ich möchte was bestellen. Ja, ist ja gut, ey. Ja, guten Tag, wir haben geschlossen, tschüss. Mann, sie ist gut. Okay, okay. Ich hab schon aufgeschlossen hier, ja. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier gucken. Aha. Mann, oh. Ja, ich wusste es. Du hast mich gesehen, hast mich gesehen. Aber guck mal, hier ist eine Kamera da oben. Die leuchtet jetzt auf einmal. Siehst du das da oben? So ein Licht? Das ist doch keine Kamera. Das ist irgendwie so ein Licht, dass wir jetzt da sind oder sowas. Das regnet voll draußen. Aber ich muss sagen, die Grafik, die der Wind war echt krass. Oh, was ist das denn? Schöne mal kurz, zurück, rück, 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 rück. Ich bin gestorben. Was hast du gehört? Bist du auch gestorben? Wir sind wegen der Augen gestorben. Lol, wir dürfen, der hat sich angucken dürfen. Ja, ich glaube. Reviven, ne? Reviven. Er sagt, du hast eine letzte Chance, mich anzugucken. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann man die Tür wieder zumachen irgendwie? Nee, geht nicht. Okay, alles gut. Dann lass weiterlaufen. Was haben wir hier? Hier ist was. Lol, ein Feuerzeug war hier drin. Hä? War das hier drin? Ein Sturmfeuerzeug. Hier ist auch irgendwas. Zeig mal. Aber das kann man nicht aufsammeln. Kann man nicht aufsammeln. Okay, das Feuerzeug brauchen wir vielleicht später nochmal. Lass mal lieber schnell weitergehen. Ich glaube, das Feuerzeug... Hier hat es geflackert gerade. Alter. Das Feuerzeug können wir später noch gebrauchen. Nein, komm, was? Nein, ich mach zu! Hey, was war das denn? Alter! Was hast du hier gemacht, sag mal? Gar nix, er kam auf einmal irgendwann. Digga, aber wie zu langsam sind. Ich hab gesagt, ihr müsst nicht schneller durchziehen. Na gut, okay. Was hast du doch am Anfang gesagt, Alter? Ja, Rush. Ja, müssen wir nochmal 30 Robux ausgeben. Oh Mann, ich will jetzt hier auch nicht so 1000 Robux ausgeben, sag mal. Er meint, wir müssen anscheinend darauf achten. Hä, ich kann mich nicht re-riven. Kannst du nicht re-riven? Ja, warte, dauert noch. Ich kann... Oh mein Gott. Ich kann mich nicht re-riven. Ich auch nicht. You can only run once on... Nein, von vorne! Öffnen! Oh, ich bin wieder hinter dir, Caspar. Ja, und ich hab mir was gekauft, und zwar siehst du es in meinen Händen, kann man das sehen? Und zwar hab ich mir hier so ein Dietrich-Set gekauft, und damit kann ich zweimal das Schloss öffnen. Wenn da irgendwer eins kommen sollte. Ist auf jeden Fall praktisch. Dann müssen wir aufpassen auf dieses blöde Monster, was einem einfach folgt. Ja, ja, ja. Deswegen würde ich sagen, wir rushen direkt mal durch, oder? Und direkt durchziehen? Ja, ich überlege gerade, wie kann man am besten... Ja, wir springen auf jeden Fall durch. Wie kann man am besten auf die Lichter darauf achten? Ähm, die Lichter sollen das vorhersagen. Also, guck mal, jetzt ist das jetzt schon rot. Jetzt ist das jetzt orange. Orange. Das ist doch immer so. Was heißt das? Ne, ist immer so. Ist immer so. Ist immer so. Das ganze Ding orange. Ja. Hier ist nichts drin. Irgendwas muss das ja sagen. Also, hier noch so... Hast du dir gerade die Tür aufgemacht? Ne, du? Nein. Ich glaube, die geht automatisch auch, wenn man in die Nähe kommt, glaube ich. Sicher. Warte mal, hier, ich glaube ja, warte mal, das ist doch hier dieses Level, das kennen wir doch schon, die Tür hier, oder nicht? Mit dem Hebel. Mit dem Hebel drücken. Ja, zieh mal am Hebel, warte, hier, genau, ich zieh mal am Hebel, zack. Und jetzt können wir hier vorne lang, ne? Ja, hier. Jetzt, glaube ich, hier wieder Licht. Jetzt können wir hier lang gehen. Genau, genau, genau. Jetzt haben wir hier... Alter, Junge, Junge. Hier geht's weiter, hier geht's weiter. Sehr gut. Oh Gott, das ist auch immer nicht ohne, ne? Also, die Lichter... Guck mal, jetzt sind hier keine Lichter mehr. Doch, da. Doch, das geht immer orange. Okay, könnten wir uns wenigstens gut verstecken, wenn er kommt. Der wird doch locker leicht kommen. Sag's, ne? Wir müssen einmal kurz auf ihn warten. Ich glaube, wir müssen ab und zu auch mal so aufmachen und dann so safe aber sein, weißt du? So kurz Tür... Wir müssen uns einmal kurz hin zu den Türen und gucken, wenn er kommt, direkt hier rein. Ja, okay. Warte, jetzt wird das auf einmal los in echt. Wackelt hier irgendwas. Okay. Also, ich überlege gerade, ob wir irgendwas sehen an den Lichtern und sowas. Weißt du was? Du kannst ja wie so ein Angsthase da rumstehen. Ich laufe weiter. Na gut. Das dauert mir zu lange. Okay. Da laufe ich halt mit. Da ist was! Ja. Dann sterben wir jetzt halt zu zweit. Oh mein Gott, ich habe mich so erschrocken, Alter. Was war das auf einmal, Alter? Ich habe mich so erschrocken auf einmal. Auf einmal war da irgendwas ganz hohes. Das saustes Ränder, man. Aber ich frage mich, muss das Ding mit dem Auge hin? Der kommt. Oder? Der kommt, der kommt, der kommt! Ich bin, ich bin, ich bin. Ich auch, ich auch. Oh mein Gott. Alter, ist vorbeigezogen. Ist weg, ist weg. Ist weg, sicher? Ja, raus, raus, raus. Wegen der Luft. Ja, er hat sich die Tür aufgemacht auch. Oha. Alter. Junge, was war das für ein krasses Vieh auf einmal, Bro. Aber der kommt einfach aus dem Mist. Also man kann nicht... Ja, ja, man hört doch, man hört es so leicht rauschen. Und dann musst du dir sofort was suchen. Also muss die ganze Zeit quasi so... Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein, was ist das denn? Oh mein Gott. Bro, was ist denn das jetzt? Das fühle ich gar nicht. Ich bin, das hättest du dir nicht. Licker, das kann ich nicht spielen, Bro. Ich meine es nicht übel, Bro. Lass hier mal Stopp machen. Lass ab, lass ab. Ab-Moderation, komm, ab-Mod, komm. Ich kann das hier spielen, Bro, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Komm, geh vor jetzt, geh rein. Ich geh immer vor, geh du vor. Geh rein jetzt. Ja, ich kann sowas Dunkles, kann ich. Ich hab's dir anders überlegt, Bro. Komm, mach du. Bro, das hat geklopft. Mach du jetzt. Das hat geklopft. Ich weiß. Komm. Was, Bro? Nein, dir ist gar nichts Spaß. Ich hab's, ich hab's, ich hab mich getraut, ich hab mich getraut. Hey, was war das gerade? Da war doch was. Da war so ein Alien-Monster oder sowas. Da ist da mir so ein kleines. Oh mein Gott, versteck, sofort schnell verstecken. Hörst du's? Hörst du was? Und was? Bro, das hat mir aber kein Leben abgezogen. So ein kleiner Tadeus oder sowas war da. Digga, so eine Qualle oder so. Oder nee, doch nicht, sah gerade so aus. Digga, da kam so eine, ich bin reingegangen, auf einmal kam dann eine Qualle oder so. Ja. Digga. Ich glaube, das Monster kommt gleich wieder. Müssen jetzt hier schnell kurz... Müsst ihr ready sein? Hier ist ein Schrank für mich sonst. Ja. Aber kein Schrank für dich. Ist keiner für dich, ist keiner für dich. Okay, dann weiter. Okay, schnell weit, ich muss zu den Schränken. Hier, ich mach auf, ich mach auf, ich mach auf. Aufmachen. Ich knack das Schloss mit meinem Dietrich-Set, ja. Sehr gut. Oh mein Gott, wie groß ist das hier, bitteschön. Gibt's hier Platz zum Verstecken? Hier ist ein Schloss, das kann ich wieder knacken. Okay. Soll ich? Lass uns mal lieber erst hier in die Schränke reingehen. Ja, lass mal kurz ready sein, lass kurz ready sein, ja. Pass auf, ich mach mal nur die Tür auf und dann komm ich direkt zurück, okay? Okay. Weil ich glaube, der kommt immer, wenn man so eine gewisse Tür... Du hast gut Geld eingesammelt. Sehr gut, wie hast du? Ich hab aufgemacht. Ah, 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 ah. Kommt er? Kommt er? Eigentlich je im Moment, ne? Er müsste eigentlich jetzt kommen, oder wollen wir weiterlaufen in einen Raum? Jetzt ist halt jedes Mal unsicher. Der war jetzt locker, bis wir weg sind von den... Ich dachte, wir müssen was finden hier. Ich suche jetzt. Wann mal. Lol, hier ist ein Gemälde, komm mal her. Warte, ich komm, ich komm. Zeig mal. Feuer, hier können wir das Gemälde bewegen. Ach was. Wir können die mitnehmen und ins Feuer werfen jetzt, glaube ich. Ach stimmt. Und dann brennt der Höhe, das Feuer, oder was? Alter. Hä, geht das? Ich weiß nicht, was wir mit den Gemälde jetzt machen sollen. Wir können die austauschen. Aber wir müssen die irgendwelchen richtigen Dings bringen. Ah, das muss... Nee, ja, ja, safe, safe, safe. Ja, genau. Lassen wir jetzt hier, warte. Tauschen, aber. Genau so, zack, und hier. War es nicht vorher so? Ja, jetzt. Oh mein Gott. Lasst er weiter, lasst er weiter. Nicht das Schränke, das ist... Ja, hier sind Schränke. Es flackert. Es flackert. Zu Schrank, zu Schrank. Ich glaube, er ist los. Ich glaube, er ist los. Hier, Schrank. Er kommt. Hier drin. Das war das Flackern. Oh. Das war das Flackern. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn es flackert, sofort zu den Schränken. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Hier sind wieder so Räume. Gucken wir hier mal rein in die 5... Was ist das denn? Das Augen! Nicht hingucken, nicht hingucken. Nein, nein, nein. Nicht hingucken. Einmal nicht hingucken. Guck mich an. Hier, wir müssen an dem vorbeigehen. Oder müssen wir nicht. Warte, müssen wir hier lang? Doch, wir müssen an dem vorbeigehen. Mit dem Rücken rückwärts. Ganz nah an der Wand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab's. Alter, war das gruselig gerade. Treppe hoch, Treppe hoch. Treppe hoch, weiter, weiter, weiter. Wir müssen Schränke finden. Schränke finden. Okay, hast du auch ein bisschen nebenverloren? Ja, ich bin halbtot. Äh, hier. Ja, ich auch leider. Ich brauche Feuerzeug. Dann haben wir wenigstens ein bisschen nicht ganz dunkles. Ey, ich hab Angst, dass ihr jetzt gleich flackert. Wir müssen jetzt schon echt... Ich weiß, ich weiß. Ich bin gerade echt gut... Guten Feuerzeug. Nee, Münzen. Okay, fast. Münzen nur. Level 30... Oh nein. Oh mein Gott. Flackerts? Hier ist was drin bei uns? Ich hab's... Ich war ein Stepsgrad. Raus. Raus, 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 raus. Da war was drin, da war's drin. Raus, ich weiß, ich weiß. Was ist es? Äh... Wir müssen hier rein, wir müssen hier rein. Ich erkenne gar nichts, Bro. Hier, Schalter, ich lieg um. Ja, ja. Bin jetzt gerade aus, oder? Nee, links lang, glaube ich. Ja, links lang. Ja, ich bin links lang. Links vom Schalter, links vom Schalter. Ich seh dich nicht. Da bist du. Hier, der Ausgang. Ah ja, super. Sehr gut, okay, sehr gut. Sehr gut, Kaspar. Oh, der Schrank wieder umgekippt. Oh nein. Flackerts? Nee, flackert aber noch nicht. Alles gut. Flackerts? Ich bin in Schranknähe. Such dir auch Schranknähe, Bro. Immer in Schranknähe bleiben. Ja, okay. Das könnte jetzt jede Sekunde flackern. Doch, einer wäre da noch gewesen. Links da, ja. Flackerts? Nee, komm weiter. Hier sind drei Schränke aufeinander. Komm schnell. Okay, ich bin direkt hinter dir. Alter. Das müsste aber gleich wieder flackern. Eigentlich müsste der gleich nochmal wieder kommen. Ja, ja. Wenn's flackert, du weißt. Reise nach Jerusalem. Bruder. Jetzt überlebt auch nur einer, Bro. Das ist halt irgendwie ungeil. Ja. Flackert! Flackert! Du hast ihn mal an! Wieso denn die genau sind vor meinen Augen? Geil! Bin drin, bin drin. Oh! Da war er. Oh mein Gott. Digga, wie bist du so unkorrekt, Alter? Wieso nimmst du nicht den Links neben dir? Wir haben doch voll viele hier. Digga, ich musste doch voll weiterlaufen. Ich hab dir die Tür aufgemacht. Ja, mach dir die ganze Zeit. Alter. Kann man so ein Anti-Bait sein? Siehst du da irgendwas, was man machen kann, einsammeln kann? Wir brauchen einen Schlüssel hier. Schlüssel? Okay. Und da ist noch extra Raum. Ich hab hier Schubladen. Ich mach mal auf. Ich glaube, wir sind safe, oder? Ich glaube auch. Ich glaub das nicht, dass er jetzt nochmal kommt. Hier, lass mal Schlüssel suchen kurz hier. Ja, hab ihn, hab ihn. Lol, als ob. Jetzt will ich mal in den Raum reingehen, in den extra Raum. Glücksgriff. Alter! Alter! Alter, ist er geklopft. Kaspar? Wer ist denn? Wer ist denn? Komm her, lass mal in den Raum reingehen. Das hat geklopft. Oh, was? Willst du da wirklich heim, Bro? Ich weiß nicht. Ja, dann los. Hallo? Hallo? Wer ist hier? Wer hat denn hier geklopft? Keiner hier. Wer hat denn hier aber geklopft dann da? Da hat gerade jemand geklopft? Ich könnte schwören. Das hast du auch gehört. Die 36 sind wir schon. Oh, wir sind so weit wie noch nie. Oh, nein. Laufen, 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 laufen. Keine Schränke. Mit den Beinen in die Hand. Ja, laufen. Wenn der jetzt kommt, dann war es das. Wenn der jetzt kommt, dann war es das. Ein Schrank hier. Nein, was ist das denn? Hä? Was ist denn das? Hey, ich hab nur noch was. Das ist er. Das ist er. Wer ist das? Lauf! Lauf! Oh, mein Gott. Ich kann nicht. Durch. Und durch. Und durch. Und durch. Und durch. Und durch. Lauf überlegen. Guck die nach hinten, Kaspar. Nein, 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 nein. Lauf. Links, 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 links. Rechts, 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 rechts. Oh, mein Gott. Er hat mich. Er hat mich. Wir waren so knapp, Bro. Mann, wir waren so weit vorne. Bro, es war das Ende. Jetzt irgendwas. Ein Brief. Feuerzeug. Ich hab ein Brief. Ich hab Feuerzeug. Ein Coat. Was steht er? Merk dir den, merk dir den. Komm, wir gehen weiter. Wo ist er? 04. Hinten rechts, er läuft jetzt rechts herum. Okay, okay, okay. Warte. Ich geh in Junk. Hilfe, Kaspar. Lauf weg, lauf weg. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Na gut, okay, gut, gut. Oder? Er macht Breakdance. Bro, er ist genau vor dem Schrank. Ich erste gleich. Bro, er läuft hier noch rum. Er spawn-trapped. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Okay. Komm, komm raus, komm raus. Kann ich rauskommen? Okay, bin raus. Jetzt komm. Jetzt müssen wir ja... Schnell, schnell. Er ist oben lang. Da müssen wir hin. Wir müssen da hoch, wo er ist. Pass auf. Hab ich gesehen? Nein, nein, nein. Er ist voll schlecht, er ist blind. Er riecht nur. Wir müssen warten, bis er wieder unten ist. Wir müssen warten, bis er wieder unten ist. Okay, okay, dann gehe ich jetzt hier rechts lang. Er läuft schneller, ne? Ja, ab und zu hat er eine Witterung, aber... Jetzt, er drüben. Ich bin jetzt... Er kommt, er kommt jetzt, er kommt jetzt. Und rechts? Bro, er läuft genau auf mich. Ja. Er kommt nach rechts, er kommt jetzt, er kommt jetzt. Ich bin durch. Komm raus. Siehst du mich? Ja, los. Durchziehen. Durchziehen, durchziehen. Schnell, schnell, schnell. Hier, nach ein Gebrochen. Ich hab das, ich hab den Zahlenschloss. Los, mach rein, bitte. Pass auf. Ich guck, ob er kommt. Er kommt. Gib ein, bitte, Bro. Jetzt mach keine Faxen. Er kommt, genau mal zu. 3, 2, 4... Bro, mach jetzt, bitte, wirklich. Ich hab... Es geht nicht. Was ist es? Was ist es? Es ist 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3... Wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Nein, nein, nein. Das ist falsch. Es ist falsch. Ja, es ist aber 1, 2, 3, 4, 5. Da ist er. Nicht bewegen, Kaspar. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich schick dir ein Bild bei WhatsApp. Ja, okay. Ich schick, schick, schick. Vielleicht müsstest du erst mal einen Schlüssel hin. Ach so, vom Co... Die Reihenfolge. Schick mal jetzt, bitte. Ich schick's dir. Ich schick's dir. Alter. Junge, was passiert hier gerade? Ich glaub... Das war ein Selfie. Kein Selfie. Ich will kein Selfie haben. Oh ja. Ach so. Ach, Mann. Was heißt denn das? 1, 2, 3, 4, 5. Oh nein. Das siehst du doch. Beim Dreieck steht der Code für die 1. Ah, okay. Also ist ein bisschen schwieriger. Also müssen wir jetzt noch die Symbole herausfinden. Jaja, wir müssen alle Symbole lösen. Hier. Oh mein Gott. Das war ja nur die Reihenfolge. Kommen wir grad nicht weg. Oh mein Gott. Er hat mich gesehen! Nein. Er hat mich gesehen! Er ist hinter mir. Alter. Er kommt nicht durch. Ey, du Asi! Oh mein Gott. Er kommt auch durch, Bro. Ich hab's nicht so gemeint. Ich geh in den Schrank, oder? Der ist voll langsam. Der ist voll blöd. Der ist echt voll blöd. Ich such grad, ob ich hier irgendwie... Drei können oder so. Ja, such du mal. Ich danke ihn ab. Wir müssen halt diese Symbole finden. Aber ich weiß auch nicht, wo wir danach suchen müssen. Ich kann den Globus drehen. Mach mal. Vielleicht steht da alles. Ne, leider nicht. Hier irgendwo? Hä? Hä? Das muss hier sein. Das muss hier sein beim Schreibtisch. Hier muss es schubladen. Oh mein Gott. Ah! Das war's mit mir. Ich bin tot. Nimm euch Feuerzeug. Auf einmal kam der, Bro. Ich guck... Ich guck... Digga, das musst du dir angucken, Bro. Bro, ich hab nach oben geguckt. Auf einmal kam er so, als würde er mich umarmen wollen schon, Digga. Ich hab's nicht gesehen. Ey, die sollten dir das dann lösen können, Leute. Digga, das sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben, Alter. Wie krank. Junge. Freunde, das war's für eine krasse Folge. Auf jeden Fall gruselig. Wenn ihr bis hierhin guckt habt, schreibt mal Hashtag gruselig in die Kommentare. Lasst ein Like und auch ein Abo. Wenn dir das gefallen, checkt uns mal in den beiden Videos aus. Wir sehen uns morgen. Nächste Wiedersehen. Bis dann und ciao, ciao.